Ich muss jetzt mein Zettel auch abreißen. Ich hab die ganze Zeit geraucht und das ist doch falsch. Was ist denn mit dir? Du lachst gar nicht, Rob. Scheiße, du hast dich angesteckt mit deiner Lappe. Hahaha! Huchst du? Das ist... Okay, aber ich klebe kurz. Ah! Das ist so gut, ja? Ah! Ah! Yippee!